da sind Texas erster Platz die was glaubt die was glaubt die gegen wenigen Spielen war ähm WM NICE Weltmacht Paz irgendwann kennt man die Prozent was macht sie denn jetzt die Plätze schnell klein reingemacht äh schnell geschaut aber zu hoch leute ich komme hoch selber 1 doch bevor der vierte kommt kann ich ja ich bin oben die direkte weg bitte oder er hat die last fliegen das blieb kommt es gibt es auch da ist und erst und hüttelt bei der der schwirmen ich bin auch noch ein Schock, Achtung, die gehen noch. Müssten noch Knochen gehen. Schön. Der ist auch Logi. Schön schön. Weltbogen geht noch mal hoch. Bist du tot für Luftleber? warte noch bis wir so ungefähr weg sind dann dauert er ungefähr 18 sekunden das ja ich hätte das ist irgendwie überbauen oder schießt mit der beurte und jetzt habe ich ich hätte es noch eine leitende okay warte wie viele sekunden ab wie viel ich mache 50 und nach bei 50 und dann bis 7 über den west hat der blocker geplacet der ersten sticht dass sie nicht zum wettkommt okay drei schaubel kommen bei sechs raus und unter das blieb so ist nicht der monster geht auf bei schiebend oder brauchst okay das war zu viel danke soll ich einfach reinhauen reicht nicht oder? ne reicht nicht oder? da die die barblecke da ja was ist das oberste ja mach mal vor mach mal vor dass wir wissen was du magst wo denn kann ich das doch nicht oh gott danke ich kann aber scharfer machen wie lange könnt ihr das denn? ja ich hab einen ey wenn nicht knattert die erste schicht und macht mobile oh ne das habt ihr nicht die haben auch schon einen Strich da raus ja Paul bitte nicht mehr das ja ich bin jetzt wer die erste übrigens ja soll ich die erste machen? ja mach erste mach erste ach dann sind die Sperma kommt auf dich ne doch nicht die kommen jetzt äh hier hoch zu oder wie viel sind erste? ja ich bin dauernd hä warum sind ihr denn über mir? ich dachte oben habt ihr die getötet ja da war wieder einer oh mein Gott ich hab aber jetzt mal gesagt dass da noch wer ist und die pushen jetzt auch wieder hoch Philipp kannst du meinst du? naja kann ich jetzt wieder naja ich muss halt aufpassen dass ich nicht vom Bau runtergeschossen werde Spammer auf ihn ja das kommt noch rein fuck der ist genau deswegen nein bow down bow down bow down ja ich hatte mein bow war nicht nehmt den tt raus aus der ec bitte oder nehmt alles aus ja einer rauskimmer mach direkt ein checkbow die sind jetzt oben ich bin auch runtergeschossen worden bin down ich bin auch runtergeschossen worden sehr geschossen aber der OP wer ist dann ja das ja wieder einer Leute ich hab fünf tt ja ich hab ihn ja ich komm hoch wieso auch immer der to hit war wieso auch immer der to hit war also to bow oder to hit ich wurde geflashen das gab sie dumm gewacht ja ich hab fünf tnt nehm schildes tnt und die scharfe aus die ec schau nimm das raus nimm raus nimm raus nimm raus hab ich ich bin auch gleich wieder oben hab ihn hab ihn hab ihn soll ich jetzt schnell machen schaffern tnt ja ja ok leg rein philip du machst mit dem es schief ne die g das geht schief einer kommt wieder raus holen sie raus ja ich warte ich muss wieder unterlaufen ok wieder rein wieder rein ja ich geh jetzt hoch jetzt kann ich nicht mehr machen du machst jetzt scharfe ja wo ich bin doch da hier ach schon da ja ähm kann ich ja keine ahnung der wohne hier würde ich machen hier schon ja da wo halt nicht gesteckte schon müssen ja ok dann mach ich hier dann mach mal hier oder so da ich hab eine holzpegel ohne mach jetzt einfach ist egal ich denk die werden eh nix ich mach ab 7 ja ich bin dauer mit TNT ok ich mach nicht die sind für 2 ja ich bin dauer mit dem TNT mann ey warum war da denn ein ja muss ich auch noch machen ist gerade jemand auf der ersten also kann ich da hin machen und schnell ist keiner erster ist keiner erster das ist niemand erster wir gehen auch gleich wieder alle hoch niemand auf der ersten nein nein niemand hat auch bitte 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 ja schön oh mein gegen weltmachtiger hast du jetzt recht davon gemacht oder ja hat er ich hab die so schlecht gemacht die war über dem bett halt von dem baller also hat er viele getankt wie auf wie viel bist du drei aber dann haben die oben wenn wir alle drauf gehen ja ja deswegen wir müssen eigentlich einmal volle kuh mit o in der e chest haben ja ja dann geht jetzt drauf ne aber dann legt wir direkt oder ja stärke ich hoffe das nicht hat stärke er kommt hoch er kommt hoch ja ja steckt euch steckt euch steckt euch das sind ein zwanzig gold gewünscht ich bin jetzt deren jungs wir müssen jetzt drei minuten ablenken der dürfte drei minuten lang nicht einer 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 hinter euch hinter euch hinter euch er kommt zu ersten was aber ich hab grad runter geschaut erst mal dauern Philipp bitte überlebt spamm die einfach weg Philipp geh hoch geh hoch geh hoch ey Jungs leg mir direkt ne steinpigge rein in die EC bitte das wort das wort das wort steinpigge steinpigge leute machst du ja warte er steinpigge liegt das war keine Jo kommt mit ihr Kuh nach ja ich bin oben ich briefe den Konto ich geh auch wieder hoch nein scheiße ich bin da un die machen jetzt halt nen stärke tag down ja drei minuten sind die noch nicht bei uns zeich dir jetzt wollt die mein boh einlegen? na die haben boh ich hab rot gemacht ok passt ich hab dir Zeit ich hab da neuchte boh einlegen neuchte boh einlegen neuchte boh einlegen die könnten auch ne EP haben ja die können ja 53 dann 21 30 ne raus ne raus raus ne raus neuchte boh einlegen neuchte boh einlegen neuchte boh einlegen neuchte boh einlegen neuchte boh einiger vor einer Minute oder zwei Minuten vor einer halben vor einer halben alles so steht achten der Punkt das ist halt so geil wenn wir die anderthalb Minuten jetzt noch aufhalten können ja schon wir sind ich hab auch stärke ich hab auch stärke noch nicht getrunken aber als Flasche als Flasche als Flasche als Flasche ja als ja lass sie einfach nicht aufpacken ja einfach als Flasche fertig hä aber wie doos sind die dass sie alle drei stärken da sind die Flasche nicht ja wollen wir auf den Typen da drauf gehen alle drei lass alle drei auf einen drauf alle drei los Leute Achtung der wird EP 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 trink deine Flasche die kommt trink deine Flasche ja perfekt ich habe er war keine Base nein bei oben habe ich gesagt hä er hat es überlebt unten ne den einen habe ich du was ist tu jetzt oh mein Gott wo war keiner Base wo sind beide wo sind beide einer in eurer Base und der andere in deren Base pushen du stärke wir müssen schnell ja komm ich hin in der Jungs stimmt nicht mehr sonst kann ich stärke mehr sprichst du hä sprichst nein nicht sprichst du nicht natürlich schön lass auf den der eine ist unten und der eine ist da ja der mit Stärke ist unter euch der andere lass auf den seid ihr beide full dann geht drauf ja wenn ihr beide full seid dann macht ja ich bin full ja warte ich bin auf 8 warte noch auf 8 ja warte noch ne macht jetzt ne ne ja jetzt oder jetzt 1 2 3 3 ja gut gut nein ich bin da nein bist du full ne Achtung wir ab oben wir ab oben wir ab oben nein bitte 2 3 3 3 dort 2 3 3 5 und